Das Universum und die Brosche Sommer 2020, Marienplatz Das Universum ist eine merkwürdige Sache. Manchmal meint man, es nehme Einfluss auf die Geschehnisse auf der Erde, was manche als Schicksal bezeichnen. Aber betrachtet man das Wetter, so vergeht dieser Eindruck schnell. Filme wollen einen glauben lassen, dass es sich perfekt an die Begebenheiten auf der Erde anpasst. Ein Mensch stirbt, also regnet es. Happy End, Sonne. Aber das stimmt nicht. An dem Tag, an dem diese Geschichte beginnt, scheint die Sonne. Denn ihr ist es egal, dass gleich etwas Schlimmes passieren wird. Wenige Minuten vor dem Vorfall wuseln noch überall auf dem Marienplatz Menschen umher. Nicht wenige davon mit einem Eis in der Hand, während andere lässig gegen die Mauer des Fischbrunnens am Rand des Platzes lehnen oder auf einer der Bänke sitzen und in ihre Handys schauen. Nichts in dieser Umgebung lässt darauf schließen, dass bald etwas Tragisches passieren könnte. Unter den Leuten, die gegen den Brunnen gelehnt sind, befindet sich ein junger Mann in kurzer Jeans und einem T-Shirt mit V-Ausschnitt. Der Mann von etwa 35 Jahren schaut mit geschlossenen Augen in den Himmel. Auf seinem Gesicht liegt ein Lächeln. Und niemand würde auf den Gedanken kommen, er könne ein böser Mensch sein. Vielleicht ist er das auch noch nicht. Vielleicht erwacht das Monster erst später. Vielleicht auch nie. Denn wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Dann, urplötzlich, kommt eine etwa 30-jährige Frau um die Ecke gerannt. Menschen bleiben stehen und schauen sich nach ihr um. Sie sieht aus, als wäre der Teufel hinter ihr her. Und sie rennt direkt auf den jungen Mann zu, der erschrocken unter dem Blick der Frau aufschaut. Sie schaut geradezu zum Fürchten aus. Das Gesicht zu einer wütenden Grimasse gezogen, schreit sie, sodass sie bestimmt von jedem Menschen auf dem gesamten Platz gehört wird. Das ist für all die Leute, die deinetwegen sterben! Und schneller, als irgendjemand in der Umgebung schauen kann, zieht sie eine Pistole und drückt ab. Der Mann fasst sich an die Brust, sackt zusammen und ist fast augenblicklich tot. Die Menschen im Umfeld sind stehen geblieben, können gar nicht richtig fassen, was da passiert ist. Die Ersten schauen sich nach der Schützin um, doch die ist so schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht ist. Das Ganze hat kaum 10 Sekunden gedauert. Und immer noch, obwohl gerade ein Mensch getötet wurde, scheint die Sonne. Denn ihr ist es egal. Ein paar Seitengassen weiter wartet der 20-jährige Ben, Ben eng in eine Hausnische gedrückt und weiß immer noch nicht, was er tun soll. Sein Verstand handelt instinktiv. Vor zwei Minuten hat er am Ende der Gasse etwas Unglaubliches gesehen. Es war gerade so weit weg passiert, dass er sich auch getäuscht haben könnte, aber das glaubt Ben nicht. Er weiß, was er gesehen hat. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie eine junge Frau sich mitten aus dem Nichts heraus materialisiert hat und sofort um eine andere Ecke gerannt ist. Er war ihr hinterhergelaufen und musste aus der Ferne zusehen, wie diese Frau ohne jede Vorwarnung einen Mann am Marienplatz erschoss, bis er erschrocken feststellte, dass sie auf gleichem Weg zurückgerannt kam. Direkt auf ihn zu. In diesem Moment erschrak er sich und gleichzeitig hatte er das Gefühl, schon den Bruchteil einer Sekunde vorher gewusst zu haben, dass das passieren würde. Als hätte er es schon einmal erlebt. Die Brosche zischte es ihm durch den Kopf. Was hat es damit nur auf sich? Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Schnell dreht er sich um und versteckt sich in dieser Nische, in der er jetzt steht. Er schließt die Augen. Was soll er nur tun? Was kann er tun? Er ist niemand. Es macht keinen Unterschied, ob er eingreift oder nicht. Es wäre nur der verzweifelte Versuch, in sein langweiliges Leben ein wenig Sinn zu zaubern. Am besten würde er sich raushalten, beschließt er. In genau diesem Moment hört Ben die schnellen Schritte, die direkt auf sein Versteck zukommen. Ohne nachzudenken, einem reinen Instinkt folgend, streckt er seinen Fuß aus der Nische, die Frau stolpert darüber und fällt der Länge nach hin, wobei ihr die Pistole aus der Hand rutscht und über das Kopfsteinpflaster klappert. Die junge Frau rappelt sich auf, doch Ben richtet die Pistole, die er schnell aufgehoben hat, auf sie und drängt sie damit gegen die nächste Hauswand. In diesem Moment sieht er zum ersten Mal ihr Gesicht und stockt. Sie hat wachsame, funkelnde Augen, doch trotzdem kann Ben deutliche Spuren von Erschöpfung in ihrem Gesicht sehen, als hätte sie in letzter Zeit nicht viel geschlafen. Ben spürt, wie seine spontane Reaktion, die Frau zu stellen und der Polizei zu übergeben, fast sofort verschwindet. Er würde keineswegs behaupten, in sie verliebt zu sein. Er glaubt nicht an Liebe auf den ersten Blick. Aber er weiß, dass diese Frau die Antwort auf ein sinnerfülltes Leben ist. Wer bist du und woher kommst du? sagt Ben mit zitternder Stimme, seinem plötzlichen Gefühl noch nicht hundertprozentig vertrauend. Was willst du von mir? fragt die Frau zurück. Ihre Stimme ist erschrocken, aber auch leicht verwirrt, als würde sie versuchen, sich an etwas Wichtiges zu erinnern. Ich habe gesehen, wie du einen unschuldigen Mann erschossen hast und ich habe davor gesehen, wie du in dieser Gasse einfach aus dem Nichts aufgetaucht bist. Die Frau schweigt. Dann lacht sie nervös auf. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Du spinnst doch. In die Klapse sollte man dich stecken. Ich kann es noch nicht richtig glauben, aber ich weiß, was ich gesehen habe, erwidert Ben. Was hat es mit dir auf sich? Weil ich dir das ausgerechnet sagen werde, oder? entgegnet die Frau sarkastisch. Tja, ich würde sagen, ich sitze am längeren Hebel. Beantworte meine Frage oder ich rufe die Polizei. Du wirst sofort überführt sein. Es gab genügend Zeugen am Marienplatz, die dich gesehen haben. Hast dir ja nicht viel Mühe gegeben, dich zu verschleiern. Ben sagt das alles nicht, weil er die Frau wirklich der Polizei übergeben will, sondern aus greiner Neugier und Faszination. Sie verströmt eine gewisse Aura, die er bisher bei niemandem gespürt hat. Ein Funkeln zuckt in ihren Augen. Er will herausfinden, was es mit dir auf sich hat. Die Frau schweigt. Dann sagt sie zögernd. Ich hab's eilig. Pause. Also schön. Ich komme aus der Zukunft. Nein, hört zu. Ich lüge nicht. Und das soll ich dir glauben? Sagt Ben, obwohl er verrückterweise genau weiß, dass sie die Wahrheit sagt. Ich dachte, du weißt, was du gesehen hast. Entgegnet sie schnippisch. Dann zieht sie aus der hinteren Hosentasche einen zusammengefalteten Zeitungsartikel und wirft ihm Ben zu. Schau auf das Datum. Gespielt widerstrebend nimmt Ben den Artikel mit einer Hand an sich, ohne die Pistole in der anderen Hand sinken zu lassen und starrt nach einigen Augenblicken ungläubig auf das Datum. 23.07.2030? Keucht er. Dann sagt er skeptisch. Das kann ziemlich leicht gefälscht sein. Aber, wie gesagt, ich weiß, was ich vorhin gesehen habe. Und Dinge, die man gesehen hat, glaubt man bekanntlich schneller. Kann ich jetzt gehen? Fragt die Frau. Ben zögert. Dann sagt er, du hast immer noch einen unschuldigen Mann umgebracht. Was wird wohl passieren, wenn ich dich zur Polizei bringe? Ich kann dir sagen, was dann passiert. Es geht, entgegnet die Frau. Ich komme aus der Zukunft. Wenn Sie meine Personalien checken, werden Sie früher oder später feststellen, dass es mich hier zweimal gibt. Bloß einmal zehn Jahre jünger. Wir würden die Polizei nicht nur ordentlich verwirren, sondern vermutlich ein riesiges Raumzeitparadoxon erschaffen. Das beeindruckt Ben. Er bringt es kaum übers Herz, den Feind dieser Frau zu spielen, denn immer noch spürt er diese Verbindung zwischen sich und ihr. Eine Verbindung, die seinem eintönigen Leben eine Bedeutung, eine Aufgabe verleihen könnte. Dann sagt Ben, warum hast du diesen unschuldigen Mann umgebracht? Er ist nicht unschuldig. Er hat es verdient. Er wird in der Zukunft einen riesigen Verbrecherring aufziehen. Er wird wirklich, wirklich gefährlich. Viele tausend Menschen werden seinetwegen sterben. Sieh dir die Schlagzeile an, sagt sie und zeigt auf die Zeitung aus dem Jahr 2030. Ben senkt langsam den Blick auf die Zeitung, die er immer noch in der Hand hält. In großen Buchstaben, die fast die gesamte Seite einnehmen, steht folgendes geschrieben. Anschlag auf Großdemo in München. Steckt Abishot dahinter? Schockiert, schaut er auf. Es sind um die zehntausend Demonstranten gestorben, erklärt die Frau. Weitere fünftausend sind verletzt und das ist nicht das erste Mal. In meiner Zeit sind sie vor etwa einem Jahr zum ersten Mal aufgetreten. Aus deiner Sicht in neun Jahren. Und was das Ganze so gefährlich macht, ist ihre Unberechenbarkeit. Diese Organisation ist weder religiös oder politisch oder sonst wie motiviert. Alles worauf die aus sind, ist offensichtlich möglichst viele Menschen umzubringen. Anfangs waren es nur große Veranstaltungen und nur selten, aber mittlerweile passiert es ständig und manchmal einfach so in der Fußgängerzone oder in Schulen. Es ist wie im Krieg. Hin und wieder werden Leute gefasst, aber er ist derjenige, der hinter allem steckt und die Fäden zieht. Er ist derjenige, der alles ins Rollen gebracht hat. Ben schweigt schockiert und lässt die Pistole ein Stück sinken. Dann sagt er, aber woher weißt du, dass nicht alles trotzdem passieren wird, bloß von jemand anderes inszeniert? Ich hoffe es. Eine andere Hoffnung bleibt uns Menschen aus der Zukunft nicht. Beide schweigen. Dann sagt die Frau, würdest du jetzt endlich mal eine Pistole aus meinem Gesicht nehmen? Und tatsächlich lässt Ben sie diesmal komplett sinken. Ich muss vollkommen irre sein, aber ich glaub dir irgendwie. Tatsächlich hat er ihr schon die ganze Zeit geglaubt. Sie dreht sich weg und will gerade gehen, doch Ben stellt noch eine Frage. Wie reist man durch die Zeit? Wo ist seine Zeitmaschine? Er fragt es weniger aus Interesse an Zeitreisen, als aus Neugier über diese Frau. Ich verstehe es selber nicht, sagt sie. Die Zeitmaschine bin ich scheinbar selbst. Wann immer ich mir genau den Ort und die Zeit vorstelle, wo ich hin will, geschieht es. Könntest du auch andere Leute mitnehmen, die du in diesem Zeitpunkt berührst? Will Ben jetzt wissen. Er zeigt nicht, wie aufgeregt er ist. Wenn sie das könnte, könnte er nicht nur in die Zukunft reisen, er könnte sein jetziges, eintöniges Leben hinter sich lassen. Das muss die Gelegenheit sein, ein neues anzufangen. Ja, das geht, antwortet sie mit der Spur eines Lächelns auf den Lippen. Aber ich nehme dich nicht mit. Keiner sollte zu viel über die Zukunft wissen. Nachdem Ben die Enttäuschung heruntergeschluckt hat, fragt er, und warum konnte ich dich dazu bringen, mir das alles zu erzählen? Ich hätte dich nicht aufhalten können. Ich dachte, du könntest mich noch so gerade erwischen, wenn du direkt schießt, sobald ich anfange, mich aufzulösen. Die Frau schaut Ben einige Sekunden unsicher an. Dann sagt sie, du erinnerst mich an jemanden. An jemanden aus meiner Zeit. Jemanden, den ich sehr gut kenne. Gerade als Ben den Mund öffnet, um etwas zu erwidern, fängt die Frau an, sich langsam in Luft aufzulösen. Wieder schießt Ben die Brosche durch den Kopf. Als würde sie ihn an irgendetwas Wichtiges erinnern wollen. Dann ist der Gedanke wieder verschwunden. Und die geheimnisvolle Frau ebenfalls. Kein Mensch sieht die Mörderin des unschuldigen jungen Mannes am Marienplatz je wieder. Ben steht alleine da. Und die erste Person in seinem Leben, die ihm nicht sofort gleichgültig war, ist für immer verschwunden. Er will sie nie wiedersehen. Sie wird für immer zehn Jahre in der Zukunft sein. Und damit ist auch seine Verbindung zu einem sinnerfüllten, neuen Leben in Luft aufgegangen. Oder aber... Sie sagte, Ben würde sie an jemanden erinnern. Jemanden, den sie sehr gut kennt. Das bedeutet doch... 24. Juli 2030 Zehn Jahre sind vergangen und Ben ist jetzt zehn Jahre älter. Der Tag, an dem laut der Zeitung der Zeitreisenden der Anschlag auf dem Marienplatz war, wäre gestern gewesen. Nur, dass Abishod in dieser neuen Zeitlinie nie aufgetaucht ist. Nachdem Ben mit 20 der Zeitreisenden begegnet ist, hat er es geschafft, sich mehr für sein weiteres Leben zu motivieren. Eigentlich ist sein Leben langweilig. Er hat Bekannte, keine Freunde und auch keine Freude an seinem Beruf mehr. Aber der Gedanke daran, in Zukunft möglicherweise dieser mysteriösen Frau zu begegnen, ist verlockend. Er hätte niemals behauptet, in sie verliebt zu sein. Schließlich kennt er sie ja überhaupt nicht, aber ihre Aura hat ihn einfach mitgerissen. Weder davor noch danach hat Ben einen Menschen kennengelernt, dem er so voll und ganz und selbstverständlich vertrauen konnte. Schließlich hat er beschlossen, dass es kein Zufall gewesen sein kann, dass er, Ben, sie an jemanden aus ihrer Zeit erinnerte. Sie hat dabei so nachdenklich geschaut, dass er sich sicher ist, dass sie sein älteres Ich tatsächlich kennt. Sehr gut sogar, das waren ihre Worte. Bestimmt war es auch kein Zufall, dass sie sich getroffen haben. Das Universum oder das Schicksal, wie man es auch nennen will, hatte es so gewollt. Seitdem hatte er darauf gewartet, diese mysteriöse Frau kennenzulernen. Vor etwa einem Jahr, im Juni 2029, hat Ben sie als Schülerin in dem Schauspielkurs getroffen, den er besuchte. Er hat sie sofort erkannt, sie ihn andersherum natürlich nicht. Schließlich ist das ihr Ich, das noch nie diese Zeitreise begangen hat, da diese auch jetzt noch zwei Monate in der Zukunft liegt. Aber die beiden waren schnell ins Gespräch gekommen. Ben erfuhr, dass ihr Name Lena ist und sie waren Freunde geworden. Freunde. Nie mehr als das. Es war schön heute, sagt Lena. Sie und Ben sind bei ihrer Haustür angekommen. Es war ein schöner Abend gewesen. Sie waren als Freunde essen gewesen und danach noch etwas umhergebummelt. Ben spürt immer noch diese Faszination, die er auch bei ihrem ersten Treffen vor zehn Jahren gespürt hatte. Er fragt sich, ob er nicht doch mehr als eine Freundschaft für Lena empfinde. Aber er ist sich nicht sicher. Er ist eigentlich zufrieden mit ihrem freundschaftlichen Verhältnis, aber manchmal, da sticht der Wunsch nach mehr doch etwas. Ben verabschiedet sich und macht sich auf den Heimweg. Doch er ist keine fünf Schritte gegangen, als plötzlich ein lauter Knall ertönt und alles um ihn herum schwarz wird. Der Knall ist nicht einfach laut oder kommt aus einer bestimmten Richtung. Er lässt sein Trommelfell platzen und scheint von überall her zu rühren. Es ist ein Knall, der wie in einem Theaterstück aus dem Off zu kommen scheint. Ein universaler Knall. Ben schaut sich um. Es ist, als wäre er mitten im Nichts, als schwebe er in der absoluten Leere des Weltalls. Dann stellt sich die Umgebung wieder her und Ben kann wieder hören. Doch alles Davorgeschehene hat er vergessen. Denn es ist nie passiert. Stattdessen hat er ganz andere Erinnerungen. Ben hat sich gerade von Lena verabschiedet und geht Richtung U-Bahn, nachdem die beiden einen schönen Abend zusammen verbracht haben. Manchmal fragt er sich, ob sie nicht doch irgendwie zusammen sind, ohne es zu wissen. Wer definiert schon, ab wann zwei Menschen in einer Beziehung sind? Er ist kaum zwei Schritte gegangen. Da ruft sie ihm nach. Willst du nicht doch über Nacht hierbleiben? Ben dreht sich um und Lena fügt an. Ben will gerade etwas erwidern, als eine Frau um die Ecke gerannt kommt, sie beide an den Schultern packt und durch Lenas Tür schleift. Sie versuchen sich zu wehren, doch dann stockt Ben der Atem, als er das Gesicht der Fremden sieht. Und direkt vor Lena und ihm steht noch eine Lena, nur in anderen Klamotten. Die echte Lena ist kurz davor, ohnmächtig zu werden. Doch ihr anderes Ich verpasst ihr eine schallende Ohrfeige, die sie zwingt, im Hier und Jetzt zu bleiben. Mein Gott, jetzt krieg dich mal wieder in den Griff, sagt die Doppelgängerin. Ich komme aus der Zukunft. Mein Leben findet in zwei Monaten statt. Und sie erzählt Ben und Lena eine schier unglaubliche Geschichte. Alles von einer Reise aus ihrem eigenen Leben, wie sie Abishot getötet, damit die Zeitlinie verändert hat und wie sie damals Bens jüngerem Ich begegnet ist. Beide starren. Ben weiß nichts von einem Treffen mit dieser Frau vor zehn Jahren. Er hat Lena letztes Jahr im Schauspielkurs kennengelernt und davor noch nie gesehen. Aber gleichzeitig fühlt er sich, als würde diese Lena-Doppelgängerin ihm ein Märchen erzählen, das er schon hunderte Male gehört hat. Ben überlegt, ob er ihr glauben soll. Doch dann fällt ihm ein, dass es schließlich die gleiche Lena ist, die gleichzeitig gerade auch neben ihm steht. Dass das also so gut wie ein Beweis dafür ist, dass sie die Wahrheit sagt. Und gerade eben hat sich die ursprüngliche Zeitlinie, in der Abishot nicht gestorben ist, wiederhergestellt, fährt die Doppelgängerin an Lena gewandt fort. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich will das Universum unbedingt die ursprüngliche Zeitlinie beibehalten und führt daher eine Art Reset durch, sobald die Zeit an dem Punkt angelangt ist, an dem ich die Zeitreise damals angetreten habe und du sie nicht sofort wiederholst, wozu du ja logischerweise keinen Grund hast, weil in deiner Zeit Abishot ja gar nicht existierte. Ben schaut zu Lena, die an seiner Seite steht. Sie schaut verwirrt, aber auch sie scheint ihrer Doppelgängerin zu glauben. Klar, für sie ist das ja noch viel seltsamer als für ihn. Trotzdem sagt sie langsam, Du willst damit also sagen, dass bis vor wenigen Minuten eine andere Zeitlinie geherrscht hat, in der Abishot deinetwegen seit zehn Jahren tot ist? Richtig, bestätigt die Doppelgängerin. Und jetzt ist er wieder da, bzw. für euch fühlt es sich an, als wäre er nie weg gewesen. Das heißt, sagt sie an Lena gerichtet, Du musst möglichst bald ins Jahr 2020 reisen, um Abishot erneut zu töten. Dann bringst Du Bens jüngere Version dazu, Dich in der Zukunft dazu zu überreden, das zu wiederholen. Auch wenn es einem dann unnötig erscheinen wird, weil Abishot ja dann tot ist. Aber falls Du Abishot tötest, ohne zehn Jahre später die Zeitreise zu wiederholen, wird wieder dieser Reset auftreten, wie gerade eben. Wenn alles gut läuft, werden wir also bis in alle Zukunft in einer Zeitschleife stecken, die daraus besteht, dass eine Lena aus dem Jahr 2030 nach 2020 reist, Abishot tötet, Ben dazu bringt, zehn Jahre später Lena davon zu überzeugen, dass sie die Zeitreise wiederholt, sie also Abishot wieder tötet und Ben aufsucht, damit er sie zehn Jahre später wieder an die Zeitreise erinnern kann. Und so weiter, und so weiter. Dann holt Lenas Doppelgängerin einen Notizblock heraus, sagt, dass darauf alle wichtigen Daten und Informationen übersichtlich stünden und gibt ihn Lena. Ach ja, fährt die Zukunfts-Lena fort und holt eine Brosche aus ihrer Tasche. Die musst Du dem jüngeren Ben geben. Wenn er sie Dir dann zehn Jahre später zeigt, wirst Du ihm glauben, weil es genau die gleiche ist, die Du auch hast. Dieselbe sogar, nicht wahr? Gerade als die Lena Doppelgängerin gehen will, platzt die echte Lena mit etwas heraus, was sie scheinbar schon seit einigen Minuten sagen wollte. Aber warum reist Du nicht selbst wieder zurück? Die andere lächelt müde. Sorry, aber ich hab für mein Leben genug von Zeitreisen. Du jedoch bist noch nie gereist. Äh, wir sind doch die gleiche Person, dachte ich, erwidert Lena. Stimmt, lacht die andere Lena. Aber irgendwie ja auch nicht, oder? Sommer 2020 Ben steht in einer Nische in der Seitengasse vom Marienplatz und wartet. Darauf, dass die grausame Mörderin dieses Mannes an ihm vorbeirennt. Er schließt die Augen und fragt sich, ob er sie aufhalten und der Polizei übergeben sollte, wenn sie gleich vorbeirennt. Da packt ihm plötzlich eine Hand an der Schulter und zieht ihn mit sich um eine weitere Ecke. Dort angekommen drückt die Besitzerin der Hand Ben wieder gegen eine Wand und er erkennt, dass es die Frau ist, die er gerade dabei beobachtet hat, wie sie aus dem Nichts aufgetaucht ist und dann den Unbekannten erschossen hat. Er will gerade abhauen. Da hält sie ihn fest und sagt, du bist Ben, stimmt's? Ben stockt. Wir kennen uns, fährt sie fort. Was? Erwidert Ben. Woher sollten wir uns kennen? Wow, macht die Frau. Wenn ich nicht selbst so verwirrt wäre, wäre ich doch tatsächlich beleidigt. Ben starrt die Frau an. Auf irgendeine Weise kommt sie ihm vertraut und doch so fremd vor, als hätte er sie vor vielen, vielen Jahren vielleicht in einem anderen Leben einmal gekannt, sie aber in der Zwischenzeit vergessen. Und gleichzeitig fragte er sich, wie er so ein faszinierendes Wesen hatte vergessen können. Woher kennen wir uns? Wiederholt er verunsichert seine Frage. Die Frau holt tief Luft. Wir stecken in einer Zeitschleife. Das heißt, wir sind uns schon mehrmals begegnet, sogar genau in dieser Situation hier. Wie oft, weiß ich nicht. Vielleicht ein paar Mal, vielleicht hunderte oder tausende Male. Und nach zehn Jahren müssen wir immer wieder von vorne anfangen, sonst stellt sich die ursprüngliche Zeitlinie wieder her, in der ein gefährlicher Massenmörder namens Abishott lebt und das Land terrorisiert. Es gibt kein Entkommen aus dieser Zeitschleife. Während sie geredet hat, hat sie eine kleine Brosche aus der Tasche geholt, die sie Ben jetzt entgegenhält. Frühjahr 2030 Du vertraust mir, oder? Fragt Ben. Lena schweigt, dann sagt sie langsam, Ähm, klar vertraue ich dir. Was wird das hier? Sie und Ben haben sich letztes Jahr im Schauspielkurs kennengelernt und waren Freunde geworden. Jetzt hat Ben sie zu sich eingeladen, um ihr etwas Wichtiges zu sagen. Etwas, das eine andere Version von Lena ihm vor zehn Jahren aufgetragen hat. Puh, okay, äh, ich kenn dich schon länger als du mich, deutlich länger, erklärt Ben jetzt vorsichtig. Und ich weiß, dass du Zeitreisen kannst. Lena starrt nur. Vor zehn Jahren bist du aus dem Sommer des Jahres 2030, also dieses Jahr in zwei Monaten, ins Jahr 2020 gekommen. Hast einen Mann namens Abishott getötet, der sonst zu einem gefährlichen Verbrecher geworden wäre. Und hast dann mich aufgesucht und mir gesagt, dass ich dich in zehn Jahren, wenn ich dich zufällig kennenlerne, davon überzeugen muss, diese Zeitreise zu wiederholen, damit nicht ein Reset stattfindet, der dazu führt, dass Abishott nie ermordet worden ist. Ben pausiert und es dauert einige Momente, bis Lena etwas sagt. Ach ja? Und das soll ich dir glauben? Sie klingt leicht verunsichert. Entweder du glaubst mir direkt, weil du merkst, dass ich über deine Zeitreisefähigkeit Bescheid weiß, was sonst keiner tut, oder du glaubst mir, nachdem du dir das hier angesehen hast. Und Ben überreicht ihr jene Brosche, die ihr anderes Ich ihm vor zehn Jahren als Beweis anvertraut hat. Du hast genau dieselbe, oder? Mit denselben Gebrauchsspuren. Lena starrt die Brosche ungläubig an und schaut dann langsam wieder zu Ben. Wir beide stecken in einer Zeitschleife, die du vor was weiß ich wie vielen Ewigkeiten angefangen hast. Du musst jetzt nach 2020 reisen, Abishott töten, mein 2020 Ich suchen und davon überzeugen, zehn Jahre zu warten, um dann dein 2030 Ich dazu zu bringen, die Zeitreise erneut zu betätigen. Und das muss immer so weitergehen. Sonst wird in den nächsten Monaten diese Zeitlinie gelöscht und wir leben in einer, in der Abishott sehr aktiv und sehr mörderisch unterwegs ist. Wieder schweigen beide kurz. Dann überreicht Ben Lena das Notizbuch, in dem alle Infos und Daten übersichtlich aufgelistet sind. Sie schaut es sich an und Ben spürt, wie sie anfängt, ihm zu glauben. Er fühlt sich erschöpft. Als hätte er dieses Gespräch schon unendlich oft geführt, auch wenn er weiß, dass es nicht stimmt. Er hat das Gefühl, seine Bestimmung gefunden zu haben und sein Leben nicht mehr sinnlos zu fristen, aber er fühlt sich auch gefangen in den Fußstapfen seiner Vorgänger, die einen Weg geebnet haben, von dem er nicht abweichen kann oder darf. Sein Leben wurde von anderen Menschen vorherbestimmt, die auf irgendeine Weise er selbst sind. Aber was ist, wenn irgendein zukünftiger Ben so viele vorherige Erlebnisse im Kopf hat, die andere für ihn erlebt haben, dass er einfach keine Lust mehr hat? Ben schott zu Lena und sieht in ihrem Gesicht einen Ausdruck, der ihm verrät, dass sie genau die gleichen Gedanken hat. Sommer 2020 Lass mich raten, du heißt Ben. Ben starrt. Woher weißt du das? Wir sind uns schon ein paar Mal begegnet, erwidert die Frau, die Ben gerade dabei beobachtet hat, wie sie am Marienplatz einen Mann erschossen hat, die ihn danach beiseite gezogen hat und die auf Ben eine irgendwie beruhigende und vertraute Ausstrahlung hat. Ben würde am liebsten für immer Zeit mit ihr verbringen. Beziehungsweise andere Versionen von uns beiden sind sich schon begegnet. Fährt die Frau fort. Inwiefern das wir waren, kann ich nicht sagen und ich will auch nicht so viel darüber nachdenken. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mich an die anderen Male erinnern zu können, wenn du weißt, was ich meine. Ben weiß nicht, wovon diese Frau redet und doch hat er ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis, das er jedoch nicht richtig einordnen kann. Wir stecken offensichtlich in einer Zeitschleife, fährt die Frau fort, aus der wir niemals herauskommen können. Du musst in zehn Jahren mein 2030 Ich treffen und ihm Folgendes klar machen. Und dann erzählt sie ihm alles. Und Ben hat das Gefühl, sein Kopf würde platzen. Dezember 2028 Die Frau namens Lena starrt auf den kleinen Stapel Papier, der vor ihr auf dem Bett liegt. Immer noch kann sie nicht richtig glauben, was sie gerade gelesen hat. Dabei hat sie eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun. Dieser Text war heute Morgen einfach in ihrem Briefkasten gelegen. Darin ging es um einen gewissen Ben, der von seinen Begegnungen mit einer Lena schrieb, die offensichtlich sie selbst war. Anbei war ein Brief von diesem Ben. Es muss ein schlechter Scherz sein. Aber wie sollte es? Woher sollte dieser Unbekannte von ihrer Zeitreisefähigkeit wissen, die sie selbst erst vor kurzem entdeckt hat? Oder dass sie schon länger über einen Schauspielkurs nachdenkt und kurz davor ist, sich tatsächlich bei einem anzumelden? Das hatte sie niemandem erzählt. Nicht einmal ihren besten Freunden und Freundinnen. Das sind zwei starke Indizien für die Wahrheit des Textes. Aber es kommt Lena so fremd vor, etwas über sich selbst zu lesen, woran sie sich überhaupt nicht erinnern kann. Sie dachte, sie hätte bisher nur kleine Zeitreisen von wenigen Minuten getätigt, um kleinere Fehler auszubessern. Und jetzt stellt sich heraus, dass sie durch eine Zeitreise von zehn Jahren die Geschichte des ganzen Landes verändert haben soll. Möglicherweise würde Lena dem Text trotzdem nicht glauben, wenn sie nicht plötzlich das Gefühl hätte, es käme ihr alles so vertraut vor. Als hätte sie das in einem früheren Leben tatsächlich erlebt. Nachdem sie die Geschichte zum dritten Mal gelesen hat, geht sie nun den beiliegenden Brief noch einmal von vorne durch. Liebe Lena, im Jahr 2028 der Zeitlinie Abishott tot. Ich habe deine Adresse von deinem anderen Ich vor acht Jahren bekommen. Diese Geschichte schreibe ich im Jahr 2028, derselben Zeitlinie, in der du dich befindest. Und sie ist, wie du dir vielleicht denken kannst, nicht erfunden, sondern höchst wahr. Und sie handelt von dir und mir. Um zu beweisen, dass das alles stimmt, was ich hier schreibe, lege ich dem Brief die Brosche bei, die mir dein anderes Ich im Jahr 2020 gegeben hat. Sie hat dieselben Kratzer und Merkwale wie deine. Du erkennst sie aus Tausenden. Lena dreht die Brosche in ihre Hand. Sie sieht ihre eigenen wirklich täuschend ähnlich. Und Lena hat keine realistische Erklärung, wie jemand es geschafft haben sollte, sie so gut zu fälschen. Sogar die Gebrauchsspuren stimmen exakt überein. Falls dir das nicht reicht, warte ein halbes Jahr bis zum 14. Juni 2029. Da werden wir uns im Schauspielkurs begegnen. Ich sende dir diese Zeilen, um zu verhindern, dass ein unschuldiger Mensch sterben muss. Du hältst diesen Abishot nach dieser Geschichte natürlich nicht für unschuldig. Aber in der Zeit, in die du reisen würdest, um ihn umzubringen, ist er es. Hier ist er ein junger Mann, von dem keiner weiß, was in ihm vorgeht und was aus ihm einmal werden wird. Trotz der ganzen Zeitreisegeschichte weiß es niemand. Was, wenn alles doch ganz anders kommt? Was, wenn jede einzelne Version eines Menschen letztendlich ein Individuum ist und überhaupt nicht an die Taten seiner Vorgänger gebunden ist? Meine und deine Vorgänger und Vorgängerinnen dachten auch, sie müssten sich genau ans Protokoll dieser Zeitschleife halten. Aber ich denke nicht, dass dem so ist. Immerhin handle ich gerade mit diesem Brief anders als andere Versionen von mir vor mir. Ich will nicht sagen, dass Abishot kein böser Mensch ist. Ich will sagen, dass wir es aus dieser Sicht nicht wissen und wir Gott spielen würden, wenn wir diese Zeitschleife am Laufen hielten, um Abishot immer wieder aufs Neue umzubringen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob ich ihn denn einfach davon kommen lassen will, denn das sei ja die einzige Alternative zum besagten Gott spielen. Aber ich habe einen anderen Vorschlag. Wenn wir uns nächstes Jahr kennenlernen, reisen wir gemeinsam ins Jahr 2020. Du meintest, du könntest Leute mitnehmen, die dich berühren. Und gemeinsam versuchen wir, dem jungen Abishot auf die Schliche zu kommen. Wir können natürlich nicht zur Polizei gehen, da wir ja überhaupt keine realistischen Beweise haben. Aber wir können selber mehr über ihn herausfinden. Wir haben ab dem Zeitpunkt mehrere Jahre Zeit, entweder festzustellen, dass er nichts Böses im Schilde führt, oder das Gegenteil zu beweisen und ihn der Polizei zu übergeben. Beide Ergebnisse wären besser, als ihn einfach zu ermorden. Was das Problem angeht, dass sich jede Änderung der Zeit nach zehn Jahren zurücksetzt, wenn man die ursprüngliche Reise nicht wiederholt, wie es aus der bisherigen Geschichte der Zeitreisen vorher geht, so glaube ich, dass wir die Regeln der Zeit bisher falsch verstanden haben. Ich bin davon überzeugt, dass die Wiederherstellung nicht deshalb aufgetreten ist, weil du die Zeitreise vergessen hast zu wiederholen, sondern weil wir die Vergangenheit auf die falsche Weise verändert haben. Wenn das Universum gar nicht wollte, dass die Zeit verändert würde, hätte es dir nicht diese Fähigkeit gegeben. Ich glaube fest daran, dass es richtig wäre, Al Bichot als Individuum zu betrachten, ihn nicht nach seinen Vorgängern zu bewerten und ihm im Falle des Falles auf die Schlicht zu kommen und der Polizei zu übergeben, anstatt ihn einfach rumzubringen und damit zu riskieren, einem unschuldigen Menschen das Leben zu nehmen. Ich hoffe wirklich sehr, dass alles wie erwartet abläuft und wir uns nächstes Jahr treffen. Dann können wir uns persönlich besprechen. Hoffentlich habe ich dich nicht so sehr verschreckt, dass du dich doch nicht im Schauspielkurs anmeldest. Ich kann es kaum abwarten, dich kennenzulernen, wo ich doch deine ganzen Vorgängerinnen wieder vage in Erinnerung habe. Ben. Und Lena? Lena kann sich jetzt ebenfalls an alles erinnern. Vage zwar, aber doch genug, um dem Brief zu glauben und sich ebenfalls auf dieses Treffen zu freuen. Und jetzt kommen noch Outtakes. Wobei ihr die Pistole aus der Hand rutscht und über das Kopfsteinpflaster... Kopfsteinpflaster! Voller Zungenbrecher, ey! Wer bist du und woher kommst du? Fragt Sen... 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 Lena starrt die Brosche... Lena starrt die Brosche... Lena starrt die Brosche unglaublich... O... ... Tión... внутри... Untertitelung.